Oh Gott, da muss ich nochmal spielen. Okay, okay. Genau, mit Oh Gott, da muss ich nochmal spielen. Heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield Bad Company 2. Ähm, hier, wir sind hier auf Panama genau. Wo sind die scheiß Panzer hin? Ach so. Panzer sind schon weg, du bist zu spät gespawnt. Ihr hört schon an seinem Geflämme, euer geliebter WhiteIsBlack ist auch da. Kann man sich auf die Pylonen hier setzen? Oh Gott. Ihr seht, das wird eine niveauvolle Sendung. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit gegenseitig umgegangen. Wer Niveau will, sollte auf Art rumschalten. Ja, wobei Art hat auch nachgelassen, muss man auch sagen. Das war früher noch hochwertiger. Du Pimmel. Ich spiel mit den Pylonen rum hier. Alter, du spielst doch nie bei uns in der Basin mit den Pylonen rum. Nein, ich bin schon bei dir. Oh Gott. Ich hatte eine RPG in der Hand. Rocket Dildo. Boah. Ey, du warst eben schon mal bei deinem mädchenhaften Geflänne. Ey komm, du hast noch meinen Score gesehen, oder? Ne, ich hab's schon verdrängt. Siehste, ich bin so ein Freund, ich vergesse sowas auch. Ja. Ja. Oh Gott. Vor mir ist Spaß. Oh, einen hab ich. Einen UMP-Headie ey. Dafür brauch ich noch ein paar. Oh Gott. Alter Messer coming up! Alter Messer coming up! Alter Messer coming up! Messer coming up! Ich verblute! Das ist ein Wookie vor mir. Ja, töte ihn! Da sind auch noch wer weiß wie viele drinne. Ja. Ja, den hab ich, ausnahmsweise mal. Sehr schön. Der Panzer ist im Arsch. Auch gut. So wie meine Moral. Ich sag dann, tank alles mit dem Hangover zusammen, dass ich nicht so spielen kann wie ich spielen kann. Kannst du nochmal killen, der da sitzt? Springst du da vorbei, Jörg? Wo? Drin! Seh ich nicht. Wo ist der denn? Der ist auch tot. Ja, also. Warum laberst du so viel? Wir machen ja auch selber tot. Der hat ja nicht tot gemacht. Wenn du alles sehen würdest, dann würdest du ja wohl auch nicht 814 spielen, oder? Komm, also. Immerhin hat der mich nicht gekillt. Ist doch gut. Willst du mir da was mit sagen? Ja. Emo. Emo sind ausgestorben. Ich kann kein Emo sein. Na, die manchen Spielziel ist. Komm mal zurück. Obwohl, ich hatte ja heute eine Emo in der Uni gesehen. Hä? Ach, das war gar nicht? Hä? Voll geil. Ich dachte, der Panzer steht vor mir, dabei ist das nur ein Wrack von einem anderen gewesen. Dann schieß ich da rein, so. Äh, geil. Ach ne, doch nicht kaputt. Die Rakete ist ins Haus rein. Ja, ich weiß. Ja. Hat eh sich schon wieder jemand anderes geholt. Ein dreckiger Verfluster. Oh, da. Die haben sich den Panzer gekreilt. Hast du das gesehen hier? Ja. Ja, der wollte mich messern, oder? Aber er war falsch getanzt. Falscher... Äh, hier. Falscher... Falscher Tanz. Er hat Quickstep getanzt, ich wollte Tango. Tja. Aua, aua, aua. Wie wärs mal mit so nem Medipack hier, du schwuchte... Granate... Granate... Aua. Muss ich ihn erst rausdrücken, ey. Muss ich ihn erst rausdrücken. Wow. Ach ne, ist doch herrlich. Ich muss ihn rausdrücken. Wo bin ich, ey? Wo... Das hatte ich heute auch noch als Folge vom Hangover. Ey, die sind hinter dem Teil, ne? Hier. Da. Wo? Wo ich bin. Da musst du hin. Die müssten hier noch hinter sein. Nehm mal auch grad hier ein. Scheiß, hier, wo hab ich... Oh mein Gott. Äh. Jetzt hat mich der Panzer erschossen. Der Panzer, der lecker Mädchen Panzer, dich erschossen. Oh Gott. Ach Scheiße, hier der Panzerbob, ey. Ich bin ich da gespawnt. Ich hab ihn kaputt gemacht. Außer in der Simon wünschte ich mir Kommentare. Ja. Ihr dürft auch mal irgendeinen Scheiß da reinschreiben. Wir freuen uns echt über jeden Scheiß. Ja, naja, über jeden Scheiß. Aber so fast. Also damit wir so sehen, oh, guck mal, die schauen das Dorf, die Scheiße. Nee, ist wichtig, weil es einfach... Motivation. Nein, das hilft uns einfach auch zu verbessern, so. Wenn ihr einfach schreibt, jedem Video fällt einem ja was auf, so was einem gefällt. Also ihr könnt zum Beispiel unter jedes Skyrim-Video schreiben, Hase, man hört es nicht. Ich weiß, es tut mir auch leid. Eigentlich werden garantiert nicht nochmal die ersten 20 Teile des Skyrim zocken. Wir können es hier aber nochmal nachbearbeiten. Ach, sie falls nicht mehr, ne? Sie müssen sich selber unterladen, dann eingefalls bearbeiten. Voll gerne. Bist du auch bei D? Nee, ich bin nicht so bei Zero. Hast du den... Die AV, oder was? Ist da irgendwas bei D, worauf man achten soll? Ich hab grad 10, secured. Im stehend, stehend, oder was? Nein, ich bin mit der Drohne unten reingeflogen. Ich bin mit der Drohne unten reingeflogen. Du bist auch so eine Drohne. Ja, aber C wird gerade eingenommen, aber extra. Nee, nicht mehr. Ja, hab ich ja auch verhindert. Wo schießt du denn mit deiner RPG? Ich schieße überhaupt nicht. Ich laufe nur. Wie sag, ich bei dir geschossen? Komm, wir begleiten mal Simon in der Drohne. Aber ich mach den Panzer da hinten mal in, Karl. Welchen? Wo, wo, wo? Der auf der Karte, der auch angezeigt hat. Ach, nö, schieß mich einer aus der... Hä, fährt mich... Von wo? Alter, hat der mich... Hat der mich... Von... Gemessert? ...vor A... Von dem Drohnteil weggeschossen? Hat der Duck gesehen? So ein Cheater. Da ist gerade einer über mir und ich kann nicht erschießen. Cheater, nutte... Schalalalalala... Scheiße. Tja, also so 50-50-Chance. Springe ich runter, gucken in die richtige Richtung oder die falsche? Pff, alles klar. Ich mein, ja, dann sprangen wir doch mal in der Beige. In der Beige. Dann drohen uns uns schon den 90. Dann mach doch alles kurz und klein. Dann kannst du überall drüber fahren. Oder was meinst du? Boah, ey, diese Killdiebe, ey. Das ist unglaublich. Der war doch gleich gerade, wo ist die Sau? Ah, er hat sich den Panzer geholt. Und ich werde bescheuert erlang. Panzermin! Oh, la, la, la. Du bist nicht echt in den Kassel, wie in Gefahr, baby. Äh, love you, baby. Äh, was? Ja. So. Ich bleib einfach. Anstatt zu spawnen bleib ich mit der Kamera auf dich gerichtet. Und guck, wie du alle umguckst, wie du alle umguckst. Hast du das gesehen, Doppelkirch? Ja, hab ich, hab ich, hab ich. Wie schön, wie dir da hintergespawnt ist, und Robb keine Chance hat, irgendwas zu machen. Ich geh mal zu A. Oh, la, la, la. I love you, baby. Oh, so, das ist nicht auch. Hast du da gedanced? Ah, das weißt du nicht mehr, ne? Ich erzähle gleich, was es war. La, 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 la. Was? Kannst du allen erzählen? Was mit nein? Oh, scheiße. Oh, hoher Haare. Nicht rechts rum gehen, hier. Hat auch jemand. Hat auch jemand. Denk ich auch immer. Ich sehe auch immer Geister. Alter, geht da wieder rein. Geht da wieder rein, du. Du Sau, ja, Alter. Du, fuck. Das war kein Freund. Das war kein Freund. Lass mich hier rein, lass mich da rein. Nicht schwein. Ey, hier fliegen überall Kugeln rum. Oh, Gott. Sehe, tote Russen. Ich hab Angst. Ich will mich keiner aus dem Spielparadies abholen. Oh, scheiße. Oh, den hab ich so gedemütig mit der Haug. Oh, Gott, ist das geil. Der ist nur durch die Gegend geflochen. Liebe Kunden. Der kleine White is Black möchte aus dem Smallland abgeholt werden. Liebe Kunden. Liebe Kunden und Pädophile. Werbung für so ein skandinavisches Einrichtungshaus gemacht. Hast du doch gar nichts. Smallland. Einmal, wo das Kinderparadies Moland heißt. Ich weiß es nicht. Noch hast du nichts gemacht. Überlegst dir gut. Ey, wir haben wieder alle Punkte, oder? Ist ja nicht schlimm. Wir suchen übrigens auch noch Sponsoren. So neue Möbel könnt ihr auch mal gebrauchen. Zum Beispiel Ikea wäre auch nicht schlecht. Jetzt habe ich den Bastard Sir Tobi. Sir Tobi Belch. Ist übrigens ne Figur Shakespeare. Sir Tobi? Hm. Ne, Tobi ist hier eben, wo der bei uns rum war. Panzer. Panzer weg. Schild, Panzer. Sieh nur ausgestiegen. Bin ich jetzt irgendwie scheiße. Scheiß Drohnenpanzer, ey. Ferngesteuerte Panzer. Bin ja mal gespannt, wie du mit diesem kleinen EOD-Roboter klarkommst bei Dave 3. Also ich gar nicht. Wo ist denn der Dreck-Sniper? Oh, ey, jetzt wurde ich wegen Base-Rape, ey. Gekillt. Ey, der schießt mit einem Panzer aus der Base und ich darf die Base nicht angreifen, ey. Hallo? Das ist mal. Okay. Aua, 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 aua. Super, ey. Der Spautmann bei dir und ist sofort tot, ey. Wo kam der denn her? Du hast dich vom BMP demütigen lassen, ey. Na ja, hat er hier halt, ey. Ich sag doch, heute klappt's nicht. Hase hat Ladehemmungen. Hase hat Ladehemmungen. Oh Gott. Ich glaub, der ist tot. Aber M-Mowite hier, das sagen doch die Amis. Muss immer noch ein Ami sein. Hey, bei D, ne? Ich sag mal, wir spielen überhaupt zusammen, ey. Weiß ich nicht. Ich hab immer das Gefühl, du bist... Ich bin bei D. Ich weiß nicht, was du noch. Du hängst ja mit deinen ganzen anderen Freunden da immer rum. Ich glaub, du bist immer nur zu den Punkten, die ich einnehmen will, mein doch gar nicht. Jetzt bist du da im Gebäude, oder? Ja. Du bist wieder im ULV, oder was? Wir wollen dich dann spielen sehen. Wir wollen deine Taktik wissen. Ja. Ich hab keine. Gewinn. Außerdem, guck mal, ich kann dir jetzt sagen, wenn irgendwo einer kommt, hm? Ja, als wenn, ey. Wird nicht wirklich gemessert, und du hast hier nicht aufgepasst. Ist eh der schlimmste einzunehmende Punkt auf der ganzen KTD, ey. Wir bist doch gar nicht mehr hier. Kannst mir gar nichts sagen. Nee, ich hab auch gekürt. Am ULV. Ich liebe es. Das ist auch einer der schönsten Tode, die es gibt. Den Rücken geschossen, am ULV. Herrlich. Der Kischplack, Kinder. Ist auch komisch, ne? Dass man da noch erschossen wird, wenn die Typen mal hinter einem stehen. Ich meine, dann können sie dich auch messern, oder? Das war eigentlich der sicherste Messerkiller aller Zeiten. Sein ULV stürzt gerade ab. Boah, Alter. Uuuh, la la la. I love you, baby. Uuuh, la 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 la. Love me tonight. Warte am Wochenende. Musst deine Frustration jetzt hier ja hier reintragen, danke. So. Und das nur, weil jemand nicht mitkommen wollte. Als Wingman. Tja. Quatsch. Und der Hase, der sich nicht unter Kontrolle hatte. Aber ich werde nie mehr trinken. Ich schwör. Der ULV ist wieder übergenutzt. Der blinkt schon. Geht doch nicht. Fack. Boah. Und diese frustrierten Menschen. Eklat, ich weiß. Mann, Mann. Wir könnten mich auch mal aufbauen. Irgendwas Liebeschwein, die kommt, Mann. Ey, schnapp dir doch mal ein lecker Mädchen und dann machst du da. Ne? Weil das alles gut ist. Ich glaube, in der zweiten Weltkriegswaffe erschossen. Der Wotan. Der Wotan? Der ist aber auch im Team. Der ist aber auch im Team. Oh Gott. Hey, Alter. Was ist? Nix. Scheiße. Ich weiß, ich scheiß Noob und so. Ich kann nie. Ey, ich gehe nur drauf, Alter. Seit letztens. Der PG-Kill. Ich bin... Und geniift. Und geniift. Oh, schade. Und erschossen, genauso wie du. Hä? Guck mal, der steht da im Container. Zwei voll. Ey, die stehen nebeneinander. Zwei geniift. Wie strange ist dat bitte? Der Peters. Bist du auch bei dem gespawnt? Ja, jetzt auch. Vom Container steht einer. Tö, wie geil. Ja, aber die sehen sich nicht. Wie geil ist dat denn? Oh, ne. Ist dat herrlich. Da war noch einer. Oh, da ist der Panzer. Ach, du heilige Kacken. Panzer ist markiert. Ist er getraced? Wir brauchen nur noch einen Schuss. Nein. Oder Mörserschlaf, wie gerade eben. Und ist da. Daun, daun, daun. Ich... Oh, hier ist schon wieder ein negatives Start. Ah, ich kotze. Schon wieder ein negatives Start. Wolltest du mir da was mit sagen? Nein. Ah, er trifft dich nicht. Hat auch ein Kagustav. Kein Wunder. Ist der besser? Weiß nicht. Schauen wir mal was. White is black. Oh, und weggeschnipst. Alles immer wieder tot. Ey, der Bamster ist 19-2. Ey, das ist auch nicht schlecht. Bamster, der Killer. Last knife. White is black. Wir sind stolz auf die Idee. Erinnert dich. Du kannst doch nicht mehr reden. Ich kann nicht mehr reden. Immerhin ein A-Squad. Aber ich war nicht dran beteiligt. Ihr seht, Hase kann es nicht mehr. Also, tut was. Hasen bringt. Ne? Kauf dir einen neuen PC. Das würde ihn noch freuen, glaube ich. Nein. Egal. Könnt ihr mal irgendwas Aufheiternes schreiben? Aufheiternes schreiben? Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja. Hm. Wenn dem so ist, könnt ihr uns auch mal abonnieren. Und so, ne? Vielleicht. Vielleicht, ja. Steckt ja keiner dran. Willst du noch was sagen? Ähm. Nö. 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 Nö, eigentlich nicht. Es war ganz angenehm heute. Ja, doch. Okay, ne. Gut, Kinders. In diesem Sinne. Hey, Dio. Haltet die Ohren steif. Euer Hase und... BeRabbit. Genau, euer Hase und BeRabbit. Und White is Black. Bis dann. Tschau. Wir sehen, die keine Störung. Ja, tschau.